Lauf, lauf, lauf! Hab ich halt das DO IT! Oh Gott! Nein! Das ist ein Signal! Oh mein Gott! Was? 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 Der ist so süß, wirklich! Ja... Ich bin genau hinter dir. Rett, Rett, Rett! Ah nein, das ist der Tisch! Ah, war ich hier schon mal? Sieht auch alles gleich aus, Mann. Aber ich kann's schwören, ich war hier schon mal. Na ja, auch egal. Hm, dann wollen wir mal. Suche Ausgang. Hä? Hallo, Suche Ausgang. Okay. Links? Ah, hier, links, okay. Hier geht's geradeaus, glaube ich, lol. Hier vorne dann rechts. Das andere rechts. Das andere rechts. Das andere rechts. Das andere rechts. Sag mal, was kannst du eigentlich? Ich hab dich erst gestern für 10 Euro gekauft, okay? 10 Euro, das ist nicht einfach so ein Schnäppchen. Da steckt eine Investition dahinter, okay? Ich hab 10 Euro für dich bezahlt und du sagst mir sofort, was hier rausgeht. Ansonsten schreib ich deinen Entwickler und sag, denen, dass sie mal weniger Zwiebeln essen sollen, sondern eine bessere App auf den Markt bringen. Das ist doch nicht möglich. Ich hab die Schnauze voll von dir. Hey! Wow, Fabi, was machst du denn hier? Hä? Ja, ey, mein Navi hat gesagt, ich müsste hier hin und irgendwie funktioniert das alles nicht richtig. Wo bin ich? Ach, deins auch? Ja, mein hat das gleiche Problem. Ja, hast du auch ein iPhone? Ja, also ich verstehe das nicht. Ich dachte immer, Apple macht seinen Job ganz gut, aber... Ja, das war wohl Steve Jobs. Achtung, ihr Penner, hinter euch. Hä? Oh Gott, was ist das? Ich weiß es nicht, renn, renn! Wir müssen hier weg! Hilfe! Hallöchen Leute und herzlich willkommen nach langer Zeit wieder zurück zu Gmod Sandbox. Viele von euch kennen bestimmt noch das gute alte Labyrinth-Spiel. Für die, die es nicht kennen, wir spawnen ein paar NPCs, die uns dann durch das ganze Labyrinth jagen, während wir es zum Turm schaffen müssen. Wir haben das früher immer mit FNAF-NPCs gemacht, die kommen dann später auch noch dazu. Aber jetzt wünsche ich euch erstmal viel Spaß mit dem Video. Wir starten hier bei dieser Badewanne. Diese Badewanne markiert unseren Start. Wir stürzen uns jetzt da rein und dann werde ich alle NPCs auf einmal aktivieren. Du kennst ja das Prinzip. Ich kenn das Prinzip. Und du weißt, worauf du dich einlässt? Ich weiß, worauf ich mich einlasse. Ich hab lange trainiert für diesen Moment. Okay. Ich hab Angst, wirklich. Ich hab ein bisschen Angst. Ich auch, Mann. Es ist das Labyrinth der Wahnsinnigen. Wer da einmal drin ist, wird nie wieder da reingehen. Das vielleicht auch. Warte, warte, bevor wir hier reingehen. Ja, ja. Da drin gibt es eine besondere Gefahr. Die sieht sehr ähnlich aus zu dir. Echt? Mein Bruder? Der verschollte Bruder. Nein. Okay. Los geht's. Ich mach den Haken weg. Mach den Counter und ich bin nervös. Drei. Ja. Zwei. Ja. Eins. Go. Los geht's. Go, go, go. Let's go. Was? Oh, was? Hilfe. Mein Bruder ist schon direkt da. Okay. Hoogst du mir? Ich fuck dir. Ich fuck dir. Lauf, 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 lauf. Okay, er ist nicht so schnell, mein Bruder. Das ist das. Ja, ich merk schon. Ich kenn mich hier nicht aus. Ja, geh einfach der Nase nach. Oder in deinem Fall der Antenne nach. Oh Gott. Ich bin tot. Ich bin tot. Sonic. Wir müssen wieder rein. Komm, wir schaffen das. Oh Gott. Die Badewanne wurde weggeschleudert. Oh Gott. Ah. Was passiert hier? Das ist unmachbar. Wie sind die so schnell hier hingekommen? Ich weiß es nicht. Shrek. Mein Bruder. Hey, wir sind doch voll cool miteinander, oder nicht? Du wolltest das nicht anders. Los. Oh. Oh. Hey. Ich bin dein Gegner. Es funktioniert. Ich boxe ihn. Rechts-Links-Kombination. Nimm alles. Oh Gott. Guck mal. Ich sehe aus wie ein Huhn. Wenn ich in der Hocke bin. Das sieht so bescheuert aus. Ich besiege ihn. Oh. Guck mal, wie der aussieht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja. Leute, so können wir nicht arbeiten. So können wir nicht arbeiten. Ja, geh weg, Shrek. Geh weg. Komm nie wieder zurück, bitte. Danke. Okay, dieses Mal mache ich den Countdown und dann geht's direkt wieder los. Bist du bereit? Okay. Ich bin bereit. Du gehst raus? Gut, gut. Okay, okay. Ich weiß genau, woher. Ich weiß genau, woher. Du hast die Route schon perfekt geplant, oder? Hm. Wir machen das besser als letztes Mal. Dein Navi sagt hier lang, okay. Okay. Meins hat nicht so gut funktioniert. Nee, nee. Wir sind so verwirrt. Ich glaube, wir sind gleich beim Tour. Ja, das ist eine Sackgasse. Soviel zu deiner Berechnung. Oh, oh. Ich hör was. Ich hör den Do-It-Boy. Okay, okay. Oh, er ist da. Wir rennen. Wir rennen. Ich weiß nicht, wo du bist. Egal, wir rennen. Ich hab wahnsinnig. Der Do-It-Boy ist hinter mir. Oh, oh. Er wird lauter. Ich weiß nicht, von wo. Versucht, dir entgegenzukommen. Aber wir werden bestimmt gekillt. Das ist eine Falle. Nein, Fabi. Alter, bin ich erschrocken. Ich kann es noch schaffen. Oh Gott, das ist wieder die gleiche Sackgasse, wie wir vorhin schon waren. Komm schon. Oh Gott, das ist richtig nah. Ich hab Angst. Ich hör irgendwas. Okay, ich bin hier. Ui. Soll ich warten, bis er kommt? Nee, komm, egal. Egal, ich geh rein. Oh, 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 oh. Ja. Der König. Der König des Turms. Ja. Hier oben ist die Luft. Richtig schön frisch. Oh, hi. Los. Diesmal geh ich voraus. Okay. Ich führe uns zum Sieg. Oh, der ist direkt hier. Was? Oh mein Gott. Nein, nein, nein. Nein. Ich will nicht. Nein, nein, nein. Oh Gott. Wie ist das aus? Oh, da kommt er direkt wieder hoch. Ich wusste gar nicht, dass Maxi weiß ein schönes Gesicht hat. Okay, wir müssen, wir sind alle, wir müssen weiter. Oh Gott. Oh. Oh, ich bin genau neben dir gestorben. Okay, wir brauchen ein bisschen mehr Dramatik für die letzte Runde. Meinst du nicht auch? Oh, oh, oh. So dramatisch hat mir das nicht vorgestellt. Ich habe jetzt hier die NPCs für die letzte Runde gespawnt. Oh nein. Nein. Do it. Willst du mich angucken? Wie so kleine Küken, die futtern möchten. Nein, 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 nein. Keine Sorge, Fabi. Alles wird gut. Denn es geht los. Oh, 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 oh. Rein. Wir müssen jetzt diesen Anfang ausnutzen. Genau. Wir brauchen erstmal eine Zeit, bis sie bei uns sind. Du folgst mir, ne? Gut. Ich folgte, ja. Do it. Oh Gott. Ich habe schon sehr... Oh, oh. Keine Zeit verlieren. Wir müssen nochmal rein. Oh mein Gott. Der kommt, der kommt, der kommt, der kommt. Lol. Da kommen ganz schön viele. Pass auf. Ich bin in der Saugrasse. Nein. Oh, er hat mich mit seinen Eiern. Hat er mich gekriegt. Wir können es schaffen. Ich höre keinen Do it mehr. Ich auch nicht. Ich hoffe, wir treffen uns. Wir treffen uns beim Turm. Ich bin da. Ich bin da. Ich habe hier das Do it. Oh, nein. Nein. Oh mein Gott, die springen ja in den Turm hoch. Ich bin am Türsteher. Oh Gott. Warte, warte. Ich will das sehen. Oh mein Gott. Wie das aussieht. Die Kamera war nicht ganz hoch. 6,5 Stunden später. Ähm. Ich habe hier ein kleines Problem. Ich weiß nicht genau, ob ich es beschreiben soll. Es ist ein bisschen laut hier. Oh Gott. Oh mein. Gott. Mir geht's gut hier. Nein. Fabi. Fabi. Spawnkill. Ah. Ah. Hilfe. Ich muss hier wieder zu etwas komischen Mitteln greifen. Oh mein Spiel. Oh mein Gott. Bei mir geht auch nichts. Ich glaube, mein Spiel stürzt ab. Ja, ich glaube. Nope. Nein, doch nicht. Oh Gott. Das war ein Jumpscare. Alter. Oh Gott, ist das laut. Äh. Sollen wir uns einfach im Keller mal ein bisschen ausruhen? Ich kann echt nicht mehr. Ja, ich würde schon sagen. Ja, geh du mal vor. Danke, das ist ja nett. Wir wissen zwar nicht, ob da unten irgendwas ist, aber... Da wohne doch. Oh, hier. Guck mal. Ha. Oh. Da hat wohl jemand die Wand gestrichen und dachte sich dann... Nee, kein Bock mehr. Da hat dir noch Farbe verteilt. Okay. Na dann, lass mal losgehen. Ich glaube, ich kenne mich hier noch einigermaßen aus. Okay. Sind wir vielleicht gar nicht bei dir? Du wirkst ein bisschen hilflos. Oh, hallo. Das wirkt sich ja gar nicht. Ah. Oh. 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 Oh mein Gott. Wieso? Renn. Renn. Darf ich eigentlich wieder nach oben gehen oder nicht? Okay, nein. Nein, das ist nicht erlaubt. Oh Gott. Boah. Wir sind wieder zurück. Los. Die zweite Runde beginnt. Ich kriege dich erschrocken. Guck mal, die warten da schon auf uns. Oh Gott, was machen die da? Oh Gott. Eine Ewigkeit später. Es ist so ruhig hier. Ah. Oh Gott. Was? 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 Da kommt was Kleines, Süßes. Was soll das? Ah. Ah. Nein. Ich wurde vom Dings geschnappt. Weg. Ich habe ihn zerstört. Ich habe Plush Trap zerstört. Ah. Oh Gott. Oh Gott. Okay, das hast du gesehen. Das heißt, ich bin schon mal auf der richtigen Pferde. Ich habe das Zeichen gesehen, wovon du gesprochen hast. Oh, echt? Hm. Dann musst du immer der Nase nach. Mach ich. Ich glaube, hier bist du. Oh mein Gott. Ich komme um die Ecke. Es sind einfach drei Golden Freddy's, die auf mich zurennen. Oh, ich habe meinen Kumpel gefunden. Hey, was geht? Hast du schon gar nicht böse? Hast du schon so einen Plushy gesehen? Ja, Plushy. Oh Gott. Ach Gott, warum musst du so schreien? Das war gerade so eine freundliche Atmosphäre. Okay, neue Mission. Alle Plushys finden. Eis, Sir. Los geht's. Ah, hier ist jemand mit Anzug und Koffer. Was? Oha, das ist ja wirklich einer mit Anzug und Koffer. Was ist ihr Ziel? Reden Sie. Oh. Oh. Der war aber schnell da. Oh. Der war aber schnell da. Ja, also gucken wir, was wir hier haben. Eine Tasse. Was haben wir hier noch? Da ist ja einiges drin. Telefon. Oh. Eine Couch. Nice. Hat er einen Jedermann dabei. Eine Pflanze, gebrauchten Leihwagen, aber... Aber nichts komisches, oder? Ja, außer diesen Schwimmhilfering hier. Ich verstehe dich gar nicht mehr durch diese ganzen Sachen hier. Oh, das hat er jetzt alles im Koffer drin. Nur das? Voll die Platzverschwendung. Ich hab dir doch gesagt, du solltest zum Sport gehen. Das wird hier nicht mehr. Warum? Was möchtest du damit sagen? Was möchtest du sagen? Aufgrund deines schönes Bauches komme ich hier leider nicht mehr durch. Wie bitte? Sag dir genau der Richtige. Guck mal deinen Blechkörper an. Der war auch schon mal viel straffer. Ja, siehst du. Ich wusste es. Dein komischer Bauch hat mich verwirrt. Was sollst du damit sagen? Weißt du, was mir aufgefallen ist? Was denn? Das ist ziemlich ruhig geworden. Das sieht so falsch aus mit deinen Augen. Da ist er! Oh, das ist süß. Oh, endlich haben wir dich. Wo sind deine sechs Brüder? Ich will jetzt mit. Oh Gott! Oh Gott! Oh, guck mal wer da kommt! Der hat eine Mission. Komm, wir folgen ihm. Vielleicht führt er uns zu den anderen. Wie das im Schatten aussieht. Darf der zur Schule? Was macht der? Ich weiß es nicht. Normalerweise laufen die doch immer auf uns zu. Er hat es umgedreht. Was? Er sitzt? Er sitzt? Er chillt da sein Leben. Oh. Der ist so süß! Er ist wirklich. Ja. Komm, bringen wir ihn an einen besseren Ort. Okay, dann wollen wir mal. Hä? Warum ist er so ein schwieriges Kind? Du hast hier gerade siebenmal gegen die Wand gehauen. Ich glaube, das tut ihm nicht so gut. Entscheide dich. Auf welche Seite möchtest du? Entscheide dich richtig. Ja, ich wusste es. Mein kleines Schnuckelchen. Oh, ich finde Putschi, Putschi, Putschi. You Gucci, Gucci, Gucci. You Gucci, 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 Gucci. Wir haben es hier raus geschafft. Wir haben die Challenges bestanden und wir haben die meisten Plüsch-Reddys gerettet. Das war doch schon mal gar nicht so schlecht. Auf jeden Fall nur die Cool, die es verdient haben. Also wenn ich das nächste Mal einen Navigator brauche, dann... ...ein besseres Navi brauche mit Antenne, dann... ...weiß ich an, wenn ich mich wende. An mich! So, hier können wir uns jetzt ausruhen. Ist deine Badewanne auch so gemütlich? Ich hatte richtig Glück mit meiner. Auf jeden Fall. Das war ein Abenteuer, du. Aber sowas von. Jetzt erstmal erholen. Ich brauche Ferien. Hast du eine schon gegessen? Hat Mac jetzt noch geöffnet? Ich glaube, Mac Badewanne hat noch auf. Da könnten wir noch kurz durchfahren. Sollen wir mit deiner oder mit meiner? Ja, kommen wir neben deiner. Okay. Hallo. Wenn ihr es noch nicht getan habt, abonniert diesen Kanal und lasst die Glocken klingeln. Und wenn ihr mehr davon sehen wollt, schaut bei Fabi vorbei. Und zwar jetzt. Sonst knallt's. Hi.